Lektion 316 Ein Kurs in Wundern Kreuthof Verlag Alle Gaben, die ich meinen Brüdern gebe, sind mein Eigen. Ebenso wie jede Gabe, die meine Brüder geben, mein ist, so gehört auch jede Gabe, die ich gebe, mir. Jeder erlaubt es, einem vergangenen Fehler zu vergehen und keinen Schatten auf dem Heiligen Geist zu hinterlassen, den mein Vater liebt. Seine Gnade wird mir gegeben mit jeder Gabe, die ein Bruder durch alle Zeit hindurch und gleichfalls über alle Zeit hinaus empfangen hat. Mein Schatzhaus ist gefüllt und Engel wachen über seine offenen Türen, auf das keine Gabe verloren gehe, sondern nur noch mehr hinzugefügt werden. Lass mich dorthin kommen, wo meine Schätze sind und dort eintreten, wo ich wahrhaft willkommen und zu Hause bin, mitten unter den Gaben, die Gott mir gab. Vater, heute möchte ich deine Gaben akzeptieren. Ich erkenne sie nicht. Doch vertraue ich darauf, dass du, der du sie gabst, die Mittel bereitstellen wirst, durch die ich sie erblicken, ihren Wert sehen und nur sie als das hegen kann, was ich will. Alle Gaben, die ich meinen Brüdern gebe, sind mein Eigen. Ich erkenne sie nicht.